Moin, ich bin wieder auf Tour. Wer mich kennt, der weiß, bei den Live-Shows geht es richtig ab. Feuer davor, Feuer dahinter, Feuer auf dem Herd und Feuer aus dem Mund. Das werden wieder richtig geile, lustige Abende und ich habe jetzt schon richtig Bock, die Bude abzulackeln. Und wie bei jedem neuen Live-Programm, neue, brandfrische Rezepte aus meinen Restaurants. Nur konzipiert für euch. Steffen Henssler, manche mögen es heiß. Die neue Tour. Jetzt sofort Tickets sichern. Die sind bestimmt bald alle weg. Also hoffe ich.